Soll ich Hello sagen? Ja. Okay. Oder Moin. Nein, warte. Hello, it's me. Moin, salut. Und auf allen anderen Sprachen. Heute habe ich ein Fotoshooting. Mit wem nochmal? Anna von Equimoments. Genau. Und ja, ich werde da mit beiden Ponys hinfahren. Also mit Kalle und Alfie. Okay, der Anführer ist jetzt schon fertig gemacht. Und ja, mal schauen, wie es so läuft. Was siehst du denn da draußen, Kalle? Da will jemand losieren. Also. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ehrtisch. Jetzt sehen Kalle die Dicke. Vielleicht habt ihr ja schon mehr. Also hier und Kalle machen wir gleich die halbe aus. Und das wird halt noch ein Ding von der neuen Kollektion aus Tollos. Ja, bei uns tragen auch die Jungs rosa. Ja, Kalle. Genau. Gefällt es dir? Ja. Ja, es gefällt ihm. Ja, er hat ja gesagt. Wie süß. Wie süß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020